Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Karta. Hallo! Und heute spielen wir eine richtig, richtig coole Runde mit richtig, richtig vielen Zuschauern. Oh, das ist so, so lustig. Schau mal, die sind alle bei dem Weihnachtsbaum. Oh, das stimmt, Karta. Und die Zuschauer sind wirklich so, so, so süße. Richtig, richtig cool. Und wir haben wirklich hier eine richtig, richtig coole Map vorbereitet. Und das Ziel ist es, jedes einzelne Minispiel hier zu überleben. Das hier ist das erste Minispiel. Hier werden sich dann einfach alle Zuschauer hinstellen. Und dann wird hier die Erde verschwinden und darunter ist Lava. Und man muss einfach aufpassen, dass man nicht in die Lava plumpst. Und dann geht es hier zum zweiten Minispiel. Und das ist ein kleiner Boxring. Und hier kann man sich boxen. Zack, 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 zack. Das wird so, so, so cool. Und wenn man down geht, dann ist man draußen. Das heißt, man muss jedes einzelne Minispiel überleben, um zu gewinnen. Okay, dann kommen wir hier zum dritten Minispiel. Und das ist ein kleines Jump'n'Run. Und das Ziel ist es, hier hinzukommen. So cool. Und dann geht es hier direkt weiter zum vierten Minispiel. Guck mal, Karta. Uh, was ist denn? Hier gibt es eine rote Seite und eine grüne Seite. Und die Zuschauer müssen sich eine Seite aussuchen. Und dann können wir hier den Knopf drücken. Und er geht entweder in die grüne Seite kaputt oder in die rote. Und darunter ist Lava. Das heißt, wenn man sich für die falsche Seite entschieden hat, dann plumpst man in die Lava. Das nächste Minispiel ist auch richtig lustig. Schau mal, hier siehst du ja die Schienen. Und du musst dir vorstellen, dass jetzt hier ganz viele Minecraft sind. Hier ist eins, hier ist eins, da ist eins, da und da und dort. Und dann muss man schnell einsteigen. Man muss nämlich hier zu der diamanten Fläche kommen. Also, wenn man nicht schnell genug ist, bleibt man hier. Oh, das ist wirklich so, so, so cool. Das Ziel ist es, einfach hier reinzukommen. Richtig, richtig nice. Okay, dann geht es hier weiter. Und hier geht es einfach darum, das Jump'n'Run zu gewinnen. Und man muss wirklich richtig doll aufpassen, dass man hier nicht runter blumpst. Sonst landet man in den Kakteen und ist down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann springt man einfach hier hoch. Und hier oben ist schon das Ziel. So nice. Und alle Leute, die es bis hierhin geschafft haben, die kommen dann in eine richtig, richtig coole Arena, wo die gegeneinander kämpfen können. Und die Person, die als letztes überlebt, die hat gewonnen. Oh, ich bin so gespannt, wer als letztes hier stehen wird. Es wird bestimmt richtig nice. Oh, das stimmt. Okay, schau mal, Katja. Die ganzen Zuschauer sind jetzt beim ersten Minispiel. Und die Erde wird hier gleich verschwinden. Und die Zuschauer müssen richtig, richtig doll aufpassen, dass sie nicht in die Lava blumpsen. Okay, Katja, bist du bereit? Ja, soll ich starten? Ja. Und drei, zwei, eins, go. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Ein paar Zuschauer sind runtergeblumst. Aber schau mal, Katja, richtig viele stehen noch oben auf der Erde. So cool. Oh, so nice, Katja. Und schau mal, Katja, die ganzen Zuschauer sind schon rausgeflogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die Zuschauer sind eine Runde weiter. Oh, so nice. Und das zweite Minispiel wird der kleine PvP-Kampf hier drin sein. Okay, schau mal, Katja, die ganzen Zuschauer sind hier gerade im PvP-Bereich. Und guck mal, die schnetzen sich gegenseitig weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin wirklich richtig gespannt, wer hier als letztes übrig bleibt. Oh, schau mal, Katja, die schnetzen sich hier die ganze Zeit weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Moment mal, es sind noch richtig, richtig wenig Zuschauer übrig. Oh, oh. Okay, schau mal, Katja. Hier müssen sich die Zuschauer eine Farbe aussuchen. Also entweder grün oder rot. Und wir können hier oben auf den Knopf drücken, was wir kaputt machen wollen. Also entweder die rote Farbe oder die grüne Farbe. Und guck mal, Katja, das sind richtig, richtig viele Zuschauer. So nice. Okay, Moment mal, Katja. Welche Farbe wollen wir denn nehmen? Wir nehmen grün. Sicher? Oder wollen wir rot nehmen? Nein, ich finde grün gut. Oh, okay, okay. Dann nehmen wir grün. Und auf die Plätze. Fertig. Und zack. Oh nein, die Katzenzuschauer sind da runtergeblumst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber schau mal, Katja. Alle Zuschauer, die auf der roten Seite waren, haben es überlebt. Oh, sehr gut. Oh, richtig, richtig nice. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt das Jump'n'Run. Okay, jetzt sind wir hier beim Jump'n'Run. Und wenn man hier beim Jump'n'Run runterfällt, dann ist man draußen. Und warte mal, ich mache hier mal auf. So und so. Bitteschön, Leute. Oh, ich bin wirklich so gespannt, ob die Zuschauer das schaffen. Und so und... Nein, der erste ist schon runtergeblumst. Ach man, und zack. Oh, und der zweite ist auch schon runtergeblumst. Oh nein, die beiden sind leider draußen. Und oh, schau mal. Der ist ja richtig gut. Und zack, und zack, und zack. Der ist gleich schon im Ziel. Und... Oh, sehr nice. Er ist schon im Ziel. Und oh, die anderen springen auch hinterher. Und so und so. Und oh nein, da ist noch jemand runtergeblumst. Ach man, und... Ach man. Oh, oh. Es sind noch zwei Leute übrig. Was ist denn hier los? Oh, oh. Oh, Moment mal. Sie hat gewonnen. Oh, richtig, richtig nice. Es sind einfach alle Leute runtergeblumst. Ach man. Okay, Kater. Dann würde ich sagen, wir machen noch eine zweite Runde. Ja. Okay, schau mal, Kater. Jetzt sind alle Zuschauer wieder hier. Und gleich wird die Erde einfach weggemacht. Und ein paar Zuschauer plumpsen nach unten. Okay, bist du bereit? Soll ich loslegen? Oh ja. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Und los. Und... Oh, Moment mal. Oh, ein paar Leute sind runtergeblumst. Aber schau mal, Kater. Richtig, richtig viele Zuschauer haben es überlebt. So cool. Oh, mega nice. Oh ja. Oh, so nice tatsächlich. Es haben wirklich richtig, richtig viele Zuschauer überlebt. Und ich würde sagen, wir gehen wieder zum zweiten Minispiel. Oh, schau mal, Kater. Jetzt schnetzen sich die Zuschauer gegenseitig weg. Und ich bin wirklich so gespannt, wie viele hier jetzt übrig bleiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier werden wirklich richtig, richtig viele weggeschnetzelt. Oh, Moment mal, Kater. Jetzt wurden hier so, so, so viele Zuschauer weggeschnetzelt. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Minispiel. Okay, schau mal, Kater. Die Zuschauer haben sich jetzt eine Farbe ausgesucht. Also ein paar haben grün ausgesucht. Und richtig, richtig viele haben rot ausgesucht. Und Moment mal, Kater. Welche Seite ist denn tödlich? Wir nehmen diesmal wieder grün, okay? Oh, sollen wir wirklich wieder grün nehmen? Ja. Oder wollen wir vielleicht auch rot nehmen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warte mal. So, guck mal, Leute. Ich bin hier bei rot. Oder vielleicht doch bei grün. Oh, das ist so lustig. Okay, Moment mal. Ich nehme grün. Und zack. Oh, Moment mal. Oh, da sind ein paar Leute runtergeblumst. Aber schau mal. Richtig, richtig viele haben sich für rot entschieden. Oh, sehr gut. Richtig, richtig nice. Es sind doch wirklich richtig viele Zuschauer am Leben. Okay, Kater. Dann würde ich sagen, wir gehen hier zum Jump'n'Run. Und wenn du hier einmal runterblumst, dann bist du draußen. Okay, warte mal. Soll ich den Zaun wegmachen? Ja, mein weg. Und zack, zack, zack. Oh, sehr cool. Viel Glück, ihr Zuschauer. Oh, oh. Bloß nicht runterblumsen. Und schau mal. Die eine ist ja richtig schnell. Und da ist schon jemand runtergeblumst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die springen weiter. Oh, so süß. Und zack. Oh, die ersten beiden sind schon im Ziel. Richtig cool. Und guck mal, Kater. Die springen ja alle richtig vorsichtig. Oh, stimmt. Und nein. Zwei sind runtergefallen. Oh, nein. Die armen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zack. Oh, es hat noch jemand geschaffen. Sehr cool. Und schau mal, Kater. Die springen wirklich so vorsichtig, dass die auf keinen Fall runterblumsen. Und zack. Sie hat es auch geschafft. Und sie hat es auch geschafft. Und oh nein. Da ist jemand runtergeblumst. Ach, Mann. Und guck mal. Die haben es auch fast alle geschafft. Und nein. Da ist noch jemand runtergeblumst. Und zack. Die haben es alle geschafft. Richtig, richtig cool. Und Kater, weißt du was? Was denn? Das nächste Minispiel ist das hier mit den Minecarts. Das ist so cool. Okay, schau mal, Kater. Das sind die letzten Zuschauer, die jetzt noch übrig sind. Und ich werde hier gleich Minecarts hinsetzen. Und die Minecarts werden dann gleich hier durchfahren. Und die Zuschauer müssen sich ins Minecart reinsetzen. Und dann mit dem Minecart hier in diesen Diamantbereich kommen. Und ich bin wirklich so gespannt, ob alle das schaffen werden. Oh, stimmt. Okay, Moment mal, Kater. Ich gebe dir mal hier einen Minecart. Und bitte schön. Und du kannst die setzen. Sehr cool. Und oh, das erste Minecart fährt durch. Und die erste schon im Diamantgebiet. Oh, so nice. Sie hat es geschafft. Und Moment mal. Das Minecart fährt wieder auf die andere Seite. Sehr cool. Und da fährt das nächste Minecart. Und zack. Oh, die zweite hat es auch schon geschafft. Und Moment mal. Zack, die dritte ist auch schon da. Oh, Moment mal. Sie ist wieder rausgefahren aus Versehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das nächste Minecart fährt. Und... Oh nein, das hat niemand bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das nächste Minecart kommt. Und... Oh, da sitzt jemand drin. Und zack. Und... Nein, sie ist wieder zurückgefahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und... Schafft sie es? Und... Ja, sie hat es geschafft. Sehr nice. Und da sitzt auch eine drin. Und sehr gut. Oh, schau mal, Kater. Die Zuschauer haben es geschafft. Und die beiden haben leider keinen Minecart bekommen. Ach, Mann. Aber richtig, richtig cool. Oh, schau mal, Kater. Das hier sind wirklich die aller, allerletzten Zuschauer, die es bis jetzt geschafft haben. Und die müssen jetzt einen richtig, richtig schwierigen Kaktusparcours machen. Wenn man hier nämlich runterblumst, dann landet man in Kakteen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man muss wirklich richtig, richtig doll aufpassen. Und wenn man hier oben beim Ziel ankommt, dann hat man gewonnen. Und wenn man hier runterblumst und in den Kakteen landet, dann wird man weggeschnetzelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin so gespannt, wer das alles schafft. Okay, Leute. Ihr könnt anfangen. Los, los. Oh, ja. Oh, schau mal, Kater. Oh, oh. Die werden ein bisschen gepikst. Und warte mal. Die ist ja richtig schnell tatsächlich. Und zack und zack. Die springt hier durch. Und man muss wirklich so doll aufpassen, dass man hier nicht runterblumst. Und ich bin so gespannt, ob sie es schafft. Und schafft sie es. Und zack. Und ja. Oh, sehr cool. Die erste hat es schon geschafft. Und warte mal. Sie ist runtergeblumst. Oh Gott, pass bloß auf. Sie wird die ganze Zeit gestochen. Oh, oh. Und zack. Sehr nice. Und sie springt auch weiter. Oh, nein. Schau mal, Kater. Eine ist runtergeblumst. Oh, nein. Die Arme. Oh, Mann. Aber guck mal. Vielleicht schaffen die zwei es noch. Oh, sie hat es geschafft. Guck mal, Kater. Und nein. Oh, nein. Beim letzten Sprung. Aber Moment mal. Vielleicht kann sie sich noch retten. Und so. Oh. Bloß nicht da runterblumsen. Und. Sehr cool. Sie hat sich noch mal gerettet. Das war so, so, so knapp. Und. Oh, sie schafft es auch gleich. Und zack. Da springt sie hier lang. Und noch einen Sprung, bitte. Oh, so süß. Und guck mal, Kater. Die haben es alle schon geschafft. Richtig, richtig gut. Und der Sprung noch. Hier und. Sie hat es auch geschafft. Oh, sehr nice. Richtig, richtig cool. Und Kater, weißt du was? Was denn? Jetzt geht es hier zum Finale. Hier bekommt ihr dann ein Eisenschwert. Und dann können die sich gegenseitig wegschnetzeln. So cool. Ich bin wirklich so gespannt, wer hier gewinnen wird. Oh, ja. Oh, schau mal, Kater. Das hier ist das Finale. Und die schnetzeln sich jetzt gegenseitig mit Eisenschwertern weg. Und ich bin wirklich so, so, so gespannt, wer hier überleben wird. Oh, stimmt. Warte mal. Guck mal, da hinten kämpfen zwei richtig krass. Und, oh nein. Da wurde schon jemand weggeschnetzelt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal. Es sind noch vier Leute übrig. Oh, oh. Ich bin wirklich so, so, so gespannt. Und warte mal. Oh, oh. Die schnetzeln sich hier weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das schafft ihr. Oh nein. Guck mal. Die rennen alle gegenseitig weg. Ach, Mann. Und Moment mal. Die sind Spinnweben gefangen. Oh, oh. Und jetzt werden die weggeschnetzelt. Und zack, 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 zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich so knapp tatsächlich. Oh, stimmt. Und warte mal. Denkst du, sie wird sie wegschnetzeln? Ja, ich weiß es nicht. Oh, Moment mal. Wirklich? Sie hat jemanden weggeschnetzelt. Und jetzt sind noch drei Leute übrig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wirklich so knapp. Okay, schau mal. Es sind nur noch zwei übrig. Oh, stimmt, Kater. Oh, oh. Ich bin wirklich so gespannt, wer von den beiden gewinnen wird. Das ist wirklich so spannend. Oh, ihr schafft das. Und, oh, oh. Sie schnetzeln sich weg. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer wird gewinnen von den beiden? Oh, oh. Das ist wirklich so cool. Oh, stimmt. Das ist auch richtig spannend. Und wir haben eine gewünschnetzelt. Sie hat gewonnen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Richtig, richtig cool. Sie hat wirklich alle Minispiele gewonnen. Und am Ende das richtig, richtig coole Finale. Oh, herzlichen Glückwunsch. Oh, stimmt. So, so cool. Oh, das stimmt. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei den lieben Katern vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020